Als er jung war, musste er sehr schwer arbeiten. Warum, mussten, sie, immer, früh, immer, früh, so, früh, immer, aufstehen. Der Sommerjob war nicht gut bezahlt. Wie viel Zeit verbringst du jetzt mit deiner Schwester? Wie viel Zeit verbringst? Wie viel Zeit verbringst du jetzt mit deiner Schwester? Korrigiert sie Prüfungen in den Ferien? Korrigiert sie Prüfungen in den Ferien? Korrigiert sie Prüfungen in den Ferien. Musstest du von neun bis fünf Reis kochen? Reis Ich bin seit Mai Manager bei einer Firma. Ich bin seit Mai bei einer Firma. Ich bin seit Mai Manager bei einer Firma. Bei Manager bei einer Firma. Ihr Job im Kino war wirklich nicht gut bezahlt. Ihr Job im Kino war war nicht wirklich gut bezahlt. Ihr Job im Kino war wirklich nicht gut bezahlt. Musstest du den ganzen Tag abwaschen? Musstest du den ganzen Tag abwaschen? Wie viel Zeit verbringst du jetzt mit deiner Schwester? Wie viel Zeit verbringst du jetzt mit deiner Schwester? Wie viel Zeit verbringst du dich? Ich bin seit Mai, ich bin seit Mai. Ich bin seit Mai. Ich bin seit Mai. Schleifing. Ich bin seit Mai. Ich bin seit Mai. Warum mussten sie immer so früh aufstehen? Wie viel Zeit verbringst du jetzt mit deiner Schwester? Ich bekomme den Döner in einer Viertelstunde. Döner Erdbeeren Es sind Erdbeeren Der Lieferant gibt den Nachbarn unsere Sandwiches. Der Lieferant gibt den Nachbarn. Der Lieferant gibt den Nachbarn. Spinne ich oder ist jemand an der Tür? Spinne ich oder ist jemand an der Tür? Ist jemand an der Tür? Ist die Zeitung kostenlos? Das ist kein Eis, sondern es ist eine Soße. Das ist kein Eis, sondern es ist eine Soße. Weißt du, wie unsere Postleitzahl ist? Das ist ein Eis, sondern es ist ein Eis. Das ist ein Eis. Das ist ein Eis. Das ist kein Lachs, sondern es ist Hähnchen. Das ist kein Lachs, sondern es ist Hähnchen. Der Lieferant gibt den Nachbarn unsere Sandwiches. Das ist ein Eis. Weißt du, wie unsere Postleitzahl ist? Das ist ein Eis. Das ist ein Eis. Weißt du, wie unsere Postleitzahl ist? Der Lieferant gibt den Nachbarn unsere Sandwiches. Untertitelung des ZDF, 2020